Hey Leute und willkommen zu einem neuen Best of auf meinem Kanal. Richtig, richtig cool. Endlich ist es wieder soweit. Es hat lange Zeit gedauert. Wir hatten da ganz, ganz viele Probleme mit. Aber trotzdem ein riesen, riesen Dankeschön nochmal an den Nick, der das jedes Mal wunderbar schneidet. Beim nächsten Mal beim Best of Oktober. Da kommt das richtig pünktlich. Hat er mir schon versprochen. Also mega nice. Ihr könnt natürlich wie immer Tipps und Wünsche in die Kommentare schreiben für den lieben Nick, der dann bald das Oktober Best of schneidet. Falls euch irgendwas besonders auffällt, was ihr anders haben wollt. Aber ich finde das richtig, richtig cool. Dieses Best of dauert endlich mal länger. Ihr habt es euch unbedingt gewünscht. Denn hier, das ist das Best of von August und September in einem. Denn August haben wir es nicht geschafft zeitlich. September hat einiges nicht funktioniert. Jetzt August, September in einem. Und in zwei Wochen kommt dann schon wieder das Best of Oktober. Richtig, richtig cool. Ich bin gespannt, wie es euch gefällt. Ich finde es richtig nice. Und damit wünsche ich euch viel Spaß. Let's go. Junge, die Fahrtwagen sind so schlecht da. Ey, da merkt man halt, wer einen Führerschein hat, ne? Ja, hier. Da ist es. Oh! 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 Nein! Was soll? Was soll? Der treibt hier! Hahaha! Hahaha! Jinger! Trag doch nicht in meiner Vorfahrt! Hahaha! 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 Ich sehe nur noch Feuer! Hahaha! 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 Das war allerdings nicht mein Haus! Hahaha! Schon wieder nicht! Okay, wenn du das doch einfach machst, kriegst du dich persönlich tot! Hahaha! Ich dachte, es wär mein Haus! Aber es war eins weiter! Ich bin tot! Fuck! Du Spaß! Das war der Nick! Ich dachte, die Bullen waren's! Ich wollt' gar nicht in mein Haus rein! Jetzt finde ich's wieder nicht! Das ist doch scheiße! Das ist doch kacke! Hahaha! Ich hab' den blauen... Ich hab' den blauen... Ich hab' den blauen Punkt schon gesehen! Ja! Ja! Ja, sagt er! Ja! Ja! Ich zieh' ihn immer rechts vorbei! Ich zieh' jetzt nix vorbei, du Arschloch! Was sagst du dazu? So krass! Er überholt mich wieder zurück! Scheiße! Mann! Was ist das denn? Ich hab' bei Hamilton auch übertrieben lang gebraucht! No! Nein! 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 Nicht... Nicht... Hör auf! Nicht kicken! Hahaha! Rennkommission! Nein! Hahaha! 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 Was ist das denn? Ich fang' ihr für seine halben Schöhe parallel mit Hamilton! Äh... Ich hab' da auch ein paar Runden gebraucht! Ja! Vor allem... Äh... Ich hab' ihn ja schon seit zwei Runden überholt gehabt! Wollte gar drei Köln überholen und dann kam Hamilton und dann bin ich zwei Runden parallel mit ihm gefahren! So und jetzt habe ich Raikön auch überholt Geil Jetzt kannst du dich erstmal mit Hamilton Bekämpfen Boah jetzt scheint die Sonne hier noch so richtig hieselig Alter Lol Jetzt hat er mich schon wieder gekämpft Ich hole dich ab Ich nehme den Strommast Was für ein Strommast denn Oh scheiße Hilfe Da siehst du ja immer rein Lol Er ist kaputt Das ist ja doof jetzt Was macht denn der Nice Richtig gut Ich rufe nochmal an Ja ich hatte den falschen bestellt Aber ich dachte es klappt trotzdem Nein wir haben Sterne Hallo und recht herzliches Willkommen zu einer neuen Folge FIFA 19 Genau Ja genau Okay nochmal 3, 2, 1 Keine unmittelten Spielverzögerungen Los geht's jetzt 2, 1, 3 25 Alter Was ist denn dem Was geht denn bloß da rein Ja Was geht denn los da rein Seid ihr jetzt endlich bereit Alter Mach doch Okay 3, 2 Alter den gleichen Gag nochmal wie krass Ja mach Hallo und recht herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Football Manager 2019 Mein Name ist Jan Und mit dabei ist der Mike Und der mich Er hat's geschafft Moin moin Hi Heute wieder ein Euroleague Spiel Also bei mir 3 Partien Gegen Birnmau Startet gleich rein Und in der Bundesliga Hab ich gleich das Spiel Gegen Gladbach auch noch mal dabei Gegen Michael Gegen Borussia Gladbach Ja Also ganz ganz spannend Und natürlich wieder Wir gehen mal einmal auf die Taktik Ihr seht es Und natürlich bei uns vorbeischauen Weil wir haben auch wichtige Spiele Ja ich spiele hier gegen Leverkusen Und gegen Leipzig Ja krasse Hier Nur Teams Wir haben auch mit Jan Einen Livestream gemacht Unbedingt da auch mal vorbeischauen Ja er hat mir nämlich gezeigt Wie man richtig spielt Das werde ich heute versuchen anzuwenden Und ich hoffe einfach mal Dass es klappt Ja Und Micha Ich hab diese Infos nie gekriegt Micha spielt übrigens Gegen Rater BSC Bin ich auch total lustig Gegen Rater BSC Spiel ist voll geil Ja Lass uns anfangen Okay Leute Wir haben uns alle beworben Damit ein herzliches Willkommen Für diese heutigen Nein ich hab mich am 25. November beworben Und am 24. Stand schon Dass ich der Favorit bin Ha Ja das ist ja was anders Äh ja Herzliches Willkommen auf jeden Fall Zu der neuen Folge Von Football 2000 Leute Hallo Leute Zusammen mit Jan und mich Was war das für ein Anfall Alter Hör auf Ist doch egal Er hat sich beworben bei Schalke Ich spiele übrigens jetzt gegen Schalke Wenn ich gegen die gewinne Dann sehen die dass ich krass bin Und dann bin ich einfach bei dem Trainer Ich hoffe Es lief bei mir in letzter Zeit gut Ich hoffe Dass sie das auch sehen Auch wenn Ich nicht gewonnen hab Ich finde Wir waren echt gut Jetzt mal abgesehen von dem Schalke Job Wir waren echt nicht schlecht Ich hoffe das läuft heute besser Jan hat Euroleague gegen Krasse Schnodder Und dann natürlich jeder noch Zwei Bundesligaspiele Ich bin gespannt wie es läuft Schaut bei den anderen vorbei Bei Micha und bei Jan Let's go Es fängt wieder an Will den jemand kaufen Ich mag den eigentlich nicht Wieso hast du den dann gekauft Hab ich doch nicht Kram mehr Oh Mateta du Arne Meier Alter Was ist das Ich hab's nicht mal gesehen Ich war eine Taktik Ich hab's nicht mal gesehen Ja er war eine Taktik Ja ich guck mir Ich muss mir die Wiederholung Anglubschen War es ein krasses Tor Ja Nein Weil Micha so gebrüllt hat Ja ich weiß Wenn ich es vorhergesagt hab Oh Wie gut Das ist so nice Lecky Er ist krass Ich find's nur so mittelmäßig Sau lustig Micha Sau lustig Adler Guck mal Deswegen hab ich ihn Guck dir diesen Abschlag an Und jetzt Dilgo so und zu Mateta Dieser Hurenton Trifft nie Der hat so viele Chancen Schon vergeben Beim Mainz 05 Aber Kram mehr Ich vermisse die Jungs Und du bist freiwillig gegangen Ja das ist ne Lüge Ja Was Was Das für ein Spaß Wer war das Ich feuere den Ja keiner geht aber rein Eingart man Handwerker Das ist so dumm Als du das vorhin gesagt hast Hab ich gedacht Irgendwie so Deine Mitarbeiter Also es gibt irgendwie Neun Mitarbeiter bei dir Oder so Der Handwerker Der Handwerker gibt's Der Handwerker heißt Aber dass du deinen Spieler Mit dem Namen Also wirklich Der kann doch auch nix Für seinen Namen Mann Lass ihn doch Meine Ruhe Aber willst du ja auch nicht Loll Ach du meine Güte Adlea Adlea meint einfach mal so Oh ja Ich mach nur los hier Und probier mal Irgendwie hab ich schon das Bedürfnis dazu Jetzt links rüber zu ziehen Der Handwerker hat mir jetzt nicht Ramm mich bitte nicht kaputt Nicht Ich möchte die Runde ganz normal fahren Und nicht irgendwie teleportiert werden Aber das ist ja ein bisschen bugabusing Ist das nicht gut Wir sind lang glaube ich nicht mehr hintereinander gefahren Hi Pass auf linkes bin ich Ja Alter ich mach meine Reisen fahren Ja missen du das kann Ja ich fahr links und rechts Ich darf das Tempo vorgeben Ich bin dann auch auf Platz 1 Ich darf das Tempo vorgeben Jo man sei doch nicht so nischkant Ja ich fahr links und rechts Um meine Reifen aufzuwerben Du musst doch hier damit rechnen bleiben Nein du musst interview fahren Ja ich bin aber nicht cool Ich bin die Bots nicht Und so ich bin Mike Let's Play Alter Junge bei mir muss man noch damit rechnen Dass ich so ne Scheiße mach Rennkommission Ach hab ich Spaß Alter und jetzt Ach ich hab so viel Spaß in meinem Leben Man muss immer Brake testen Man muss Brake testen Fahr vorbei Wie er ganz links rüber fährt Mann Du Arschloch Soll der Scheiß Wie er so ne Zuckung nach der Schächte Ja Reifen warm fahren machst du's Ja Reifen warm fahren Das ist doch Taktik Dass wenn ich rankomme Dass du mich dann wegramst Nein Werben wirklich die Reifen auf Schon crazy was die noch an diesem Simulator machen Obwohl der ja schon relativ alt ist Ups Keiner gesehen Hinter uns zwei Bullen Na ist egal War weiter Stark Ganz klasse Ihr fahrt einfach noch rüber Alter der fährt nämlich So endlich aus der Stadt draußen Also Stadt ist immer echt Horror in diesem Spiel Und es ruckelt auch ab und zu Was ist das denn eigentlich Weil ich hab auch übrigens in echten Führerschein Jetzt ist die Ampel rot Ey was ist das denn Und der fährt auch noch rüber Ich kann nicht bremsen mit diesem Bus Was ist das denn Weil es regnet oder was Aber ich bin eben nicht reingefahren Hallo Nice Du bist doch so ein Idiot Fahr doch Nice Als ich das letzte Mal hingeschaut hab War es noch grün Ich hab nix gesehen Leute Ich hab auch in echt tatsächlich meinen Führerschein Ähm Deswegen kann ich das gar nicht so übers Herz bringen So zu fahren wie Paluten Also Das ist Fällt mir Fällt mir schwer Leute Das werden wir wie gesagt jetzt machen So wir machen die Türen auf Und holen unsere Gäste rein So Wieder keine falsch Das finde ich auch gut Gepäcklupen hab ich mir noch auf keinen Hotkey gelegt Aber ist ja auch egal Wir starten ein In unseren Intercity Express Und damit geht es jetzt los In die neue Gegend Mal gucken was mich da erwartet Und mal gucken was mich jetzt erwartet Natürlich Stadtbusse drängen sich immer vor Deswegen machen wir das jetzt auch Der hat auch Bock Juppe ist auch klasse Schön nervig Das finde ich gut Das wäre vielleicht noch so ein Ähm Ding was man anmerken könnte Also falls das jemand von Team Elstu das gerade sieht Ähm Die Hupen Also ich glaube nicht dass Äh Dass so ein Bus so hupt Sag ich dir ganz ehrlich Also Ich weiß es nicht Aber ich glaube es nicht Boah ich bin so lange nicht mehr Riesenrad gefahren Keine Ahnung Können ihr mal reinschreiben Ob ihr In letzter Zeit Riesenrad gefahren seid Aber ich glaube ich bin schon aus dem Alter Wobei also Man kann jetzt nicht so aus Ja ich weiß es nicht Das fahren ja auch andere Leute Mit dem Riesenrad Aber Ja es ist so eine Sache Das macht man einfach nicht mehr Ist nicht mehr up to date Oder wir gehen auf die Kammers Wir gehen los Ciao Brauchst du nicht hopen Ist egal Ich gehe einfach Kann ich rüber Hallo Ich will doch nur Riesenrad fahren Oh Gott jetzt kommt der Trottel hier Ja er fährt einfach rüber Alter Was denn Spaß Digga What the fuck Passiert in der heutigen Folge Was ist das denn Alter Er hat sich so weggedreht vom Tor Als hättest du Hakes an Am Anfang Was Am Anfang dachte ich so Er tappt Scheiße Am Anfang dachte ich so Oh mein Gott Der kommt so gut Wahrscheinlich verkagge ich es jetzt Und dann kam er halt richtig schlecht Das war auch So ein Trottel Das Ding ist Ich finde das so witzig Ja So gut Ich habe einfach die Sprinten Da hast du losgelassen Dachte so Gar keine Gefahr Und dann Machen die einfach ein Tor Ja das habe ich denen gesagt Der Manager Kommt eventuell Auch für den Manager Was ist das Eventuell Was ist das für eine krasse Parade Und jetzt Ja Harknack Was Ich habe es so gut gehalten Nice 2 zu 2 Das ist so ein unverdientes Tor Richtig gut Ja Da hast du einfach alle abgeräumt Ich wurde gefoult Ich wurde gefoult Das ist Tatsächlich Das hat keiner gesehen Die schneide ich raus Die Einblendung schneide ich Die wiederholt Ich wurde gefoult Spieler angewählt Was ist das denn für ein Hack Man sieht so Dass du hackst Ja vielleicht morgen auch Football Manager Aber halt Pass Also das muss eine rote Karte eigentlich Für deinen Spieler geben Reklamiere ich Ich glaube das muss jetzt ein 3 zu 2 geben Wie er faulen wollte Was Was ich hier noch nicht führe Das ist doch Auch schon wieder Boah Was passiert jetzt hier für Tricks Jetzt geht es los Ich habe aus Versehen Die Tastel gedrückt Ja Sauber Ist das hier gut Der habe ich so verdrückt Weil ich Hat Angst Ich dachte Der macht jetzt hier Richtige Skill Moves Das wird ein Skiller Video hier Ja ist es Ja guck Wieder dabei Boah war das ein krasser Skill Junge Keine Ausdauer Oh Jetzt wurde die Ball Ja faulen mich noch mehr Ja das war doch kein Foul Komm Schieße rein Ja Yes So ein Foul Du hast mich so gebodyshackt Ja man Du hast mich einfach 10 Meter vom Ball weggeschubt Ja Nice So ein gutes Tor Einfach Habe ich selten gesehen Oh mein Gott Ich stehe auf Offensiv Wer ist vom Feld gegangen Mal gucken Hier ist übrigens alles manuell Pässe und Schüsse Also Du schießt genau da hin Und passt genau da hin Wo du halt Hinpasst und schießt Und das ist Das 1 zu 0 Mega getrickst Einfach Das wäre Ja eben Wir haben nicht getrickst Das ist ja das Ding Aber jetzt soll ich gerade Angst machen Achso Ich habe mich gerade schon gewundert Hab ich das gemacht Ja ja das Ist ja dumm Weil das Spiel weiß Dass alle zu low sind Und wir machen sowas Krüses draus Als es überhaupt ist Ja natürlich Ich würde ja tricksen Aber ich komme ja nie an den Ball Hier spielen wir zu nem guten Spieler Ja nice Alter wie kann man so den Ball verlieren Wir müssen auf Zeit spielen Wir müssen das Video ja strecken LOL Boah Elfmeter Ja Nein Reicht's Ihr dürft doch hier kein Tor machen Jetzt ist gar nicht gut Nee oder Lass es sein Da vorne ist einer von uns Passt doch Achso hab ich nicht gesehen Ohhhh Man erkennt das nicht Weil die keine Trikots anhaben Ja wenn wir das Spiel auch mal bleiben Schieß Foulin 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 Wie denn Foulin Alter ist der doof Was der hat mich so umgehauen Was Foulin Jetzt schieß Das ist so ein Tor Safe Foulin Noch Den musst du umhauen Nein Wenn man so von links nach rechts Mit dem Spieler rennt Dann kann es nichts werden Ah das ist so bitter Wieder verloren Hey Einschrei Gehen wir uns noch mal gucken Was es wird Alter du machst doch Was der Pist Ja Nein Alter ich hab doch auf Schuss gedrückt Foulin Oh getrunnelt Nein Er macht seine Beine breit Um das Tor zu Ich geh einfach aus dem Tor Hey Leute wir sind nicht bei den 10 Minuten Was machen wir denn jetzt Machen wir noch eins oder nicht Ja ja noch eins 4-0 Junge Wir haben nicht mehr Haben wir überhaupt ein Tor gemacht Schon ne Wir haben schon Ein Tor haben wir gemacht Zwei glaube ich Eins oder zwei Eins So gut Okay Leute Ja ähm Sieht gut aus Zum ersten Mal erster seit ich weiß nicht wieviel rennen Er schummelt Ich bin mir nicht sicher ob Ungarn oder Deutschland Eigentlich hast du eine Gritstrafe verdient dafür War halt doch dein Mull Ja du hast mich aufgehalten Ich hab dich aufgehalten Letztes Jahr hupen können Ja Na jetzt ohne Spaß Letztes Jahr vorbeifahren können Mach meine Kommentare Er hatet Mike Was Er hat mir den ersten Platz gestohlen Er hat mir mein Auto kaputt gefahren Immer auf der Ideallinie langsam In meiner ersten Runde Das ist mir bewusst Das ist mir bewusst Das ist auch nicht so cool Aber das mach ich ja nicht wenn du da bist Wir sind ja Teammates Ja ich war aber da Ja aber das kann ich ja nicht riechen Dafür kann ich nix Du bist doch derjenige der aufpassen muss Das ist mir aufgefallen Das Ding ist es halt auch schwierig Dir so leicht drauf zu fahren Dass man sich halt nicht so komplett crazy drehen Alles kaputt macht Ich wollte dich halt nur so anditscheln Aber ich hab's geschafft Ich hab dich geditschelt Boah jetzt starte ich wieder mit kalten Reifen Naja egal du kannst den Start ja sowieso nicht Ich kann ihn jetzt Ey Jetzt siehst du es mal wie ich starte Jetzt siehst du es mal Ey Alle werden an mir vorbeifahren ziehen Ey 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 Habe ich Synchro gemacht? Ich glaube schon Er brauchte eine Synchro Habe ich Synchro gemacht? Ich glaube schon Habe ich Synchro gemacht? Oh mein Gott So ein Wacken ey Start von Platz 3 Immerhin haben wir Spaß Das finde ich gut Wo ist denn hier wieder der Botas? Junge ich starte jetzt wieder anders Stappen und Hamilton ey Auf wie viel startest du denn? Ja Warte Was? Ich hab nen richtig guten Start Ich bin richtig schlecht Ey 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 Was? Ich werd Du hast mich einfach weggekommen Ich werd so getötet und ich bin tot Du hast mein Frontflügel kaputt gemacht Ich hab nix gemacht Ich hab nix gemacht Ja, nice, rot, äh, gelb. Wie rot, gelb. Was, du Arschloch, Kubica, den ramm ich weg. Auf dieser Strecke bin ich sowieso immer aggressiv. Ich möchte da nicht dein letztes Jahr erinnern. Ich glaube nicht, dass ich unbedingt erster werde. Aber ohne Spaß, das macht gar keinen Sinn. Was war das denn jetzt für ein Bug? Wieso, was für ein Bug? Ja, entweder ich bin blind im Kopf und habe nicht gesehen, dass ich links irgendwo gegen gefahren bin. Aber Kubica hat von rechts überholt, hat mich rechts getroffen und ich habe links einen gelben oder orangenen Vornflügel. Cool, oder? Das bockt, das bockt auf jeden Fall. Ja, ich kann so ein paar schöne Bilder machen. Und ich kann ihn nicht mal einholen. Mann! Ja, du musst aber eh an die Box. Ja, ich weiß, aber ich würde ihn gern wegkrammen. Schicker. Oh, Scheiße! Ich habe ihn wegkrammt. Wieso ist dein Auto nicht kaputt? Fünf Platzquickstrafe! Wie viel? Fünf? Ja. Wow! Ich hätte die Kurve nicht mehr geworfen. Das sind tolle Bilder gerade. War der Crash, glaube ich. Also das Ding ist, das wollte ich nicht mal. Das wollte ich nicht. Ich wollte ihn zwar wegkrammen, aber noch nicht so. Aber ich habe nicht... Kamera hat halt leider so umgestellt, man hat den Crash quasi gar nicht gesehen. Ich habe halt... Ne, ich habe die Strecke nicht testgefahren. Das ist das Problem. Ich habe halt keine Ahnung gehabt, dass da jetzt eine Kurve kommt. Und plötzlich ist alles rot vor mir, dass ich bremsen soll. Ja, das war witzig. Ja, richtig cool. Fünf Plätze Grid, also... Start. Den verkalke ich sowieso wieder. Dann bin ich wahrscheinlich voll im Pulk drin. Das wird richtig cool. Okay, schlechter Start. So ein guter Start muss man erst mal schaffen. Ich sehe nichts, ich werde euch so drauf fahren. Digga, was ist das für ein Scheiß-Gespieg. Ich glaube, ich bin auf Platz 2 geblieben. Ich kann es aber nicht so hundertprozentig sagen. Ich sehe nicht mal, wo die Autos sind. Boah, was? Wo kommt denn Leclerc jetzt her? Leclerc ist Platz 3. Leclerc ist Platz 3. Leclerc ist Platz 3. Leclerc ist Platz 3. Wo komme ich denn her? Ich bin da. Was? Ich habe Angst. Alter. Hey, ich fahre schon mal länger als Belgien. Und Italien. Das ist ja richtig stark. Bitte bring mich nicht zum Lachen. Das ist doch egal. Ich werde zum ganzen Rennen nicht hinbekommen. Kann ich dir jetzt schon sagen. Nicht hinbekommen. Was denn? Behinderten. Äh. Fetel zu überholen. Aber, wie gesagt, das ist gar nicht so schuldig. Oh, scheiße, 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 scheiße. Nein, ich rutsche, ich rutsche, ich stehe, ich stehe, ich stehe, oder von Flügel, ich stehe. Alarm, gelber Sektor, Alarm. Scheiße, verwarnung, ja, ja, rechts, links, überall, rot, äh, neu, Änderung bestätigen. Jetzt mit dem Safety Car ins Ziel fahren. Änderung bestätigen. Safety Car, warum kommt der eigentlich kein Safety Car? Ich ramme den mal weg kurz. Wir drängen uns gerade beide, links, rechts. Oh Gott. Wand, 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 wand. Ich war übrigens auf Platz 4. Ich war hinter Leclerc. Echt? Aber ich habe mich halt jetzt so hart verbremst und durch den Regen direkt gerutscht. Ich habe eine komplette Runde-Vornflügel, auch ein bisschen mir zu verschulden. Ja, wenn du dich verbremst, dann... Boah, ich rie mich. Mein Leifen ist weg. Alter, du überstehst einfach nicht die erste Runde. Was ist eigentlich extra? Nein, machst du es extra? Digga, ich rutsche hier mit dem Regen wie ein... Also, dieses Rennen bin ich am chaotischsten gefahren. Das muss ich zugeben. Also, ich bin Belgien viel ernster gefahren als hier. Italien, da bin ich gar nicht gefahren. Also, ich bin nur gestartet. Ich bin nur gestartet, aber ich wollte das auch ernst angehen. Also, ich muss schon sagen, dass ich hier jetzt nicht so ernst an die Sache gegangen bin. Echt? Weil ich hier gerade nochmal viel ernst an die Sache war. Weil ich so oder so rausfliege. Also, da brauche ich mir gar keine Gedanken machen. Das war das Best-of. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand es auf jeden Fall richtig, richtig nice. Also, wie gesagt, schreibt dem Nick ein paar coole Sachen in die Kommentare. Lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann in einem der nächsten Videos. Oder aller spätestens zum nächsten Best-of. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.